Nicht nur durch die leuchtenden Farben, auch durch seine technischen Features ist der Reebok One Cushion ein interessanter Laufschuh für alle Neutralläufer. Das leichte Mesh Obermaterial garantiert dir eine gute Beweglichkeit und eine hohe Atmungsaktivität. Das im Mittelfußbereich verwendete Smooth Fuse Material hält deinen Fuß immer in der richtigen Position. Der gepolsterte Schaft und die Fersenkappe tragen zum Tragekomfort bei. Die Zwischensohle wurde mit drei Härtegraden ausgestattet. Die weicheste Schicht in der Ferse dient zur Dämpfung. Die leichte Schicht im Mittelfußbereich optimiert die Abrollbewegung und die härteste Schicht im Vorfußbereich unterstützt eine gute Laufdynamik. Die durchgehende Flexkerbe entlang der Sohle sorgt für zusätzliche Flexibilität. Guten Grip und lange Haltbarkeit bietet die Außensohle aus zwei unterschiedlichen Gummimischungen. Bring Farbe in deinen Laufalltag mit dem Reebok One Cushion. Du bekommst ihn in deiner Runners Point Filiale oder hier im Onlineshop unter www.runnerspoint.com.